Also, ich weiß ja nicht, was ihr noch so macht, aber ich koche heute mit Lia. Das bist du, du kannst kein Hallo sagen. Hallo. Hallo. Schön. Danke für die Erwartung. Sehr gerne. Was kochen wir heute? Also, es gibt poschierte Eier mit Champignons und Venaise. Poschierte Eier, hast du das schon mal gemacht? Nee. Sie werden gestrudelt. Gestrudelt, ja. Wie würdest du das eigentlich aussprechen, wenn du dich jetzt nicht anstrengen müsstest, Hochdeutsch zu reden? Was jetzt meine... Die... Die branchierten Eier. Der Opa hat immer drauf geachtet, dass wir ordentlich reden. Ja. Zum Glück. Was hast du denn da Schönes? Oh. Kaputt. Eier und Champignons. Ja, und den Rest habe ich hier. Nicht schlecht. Also so mit Kochen, Braten, Frittieren, was auch immer, das müsstest du dann machen. Ja, warum? Ich neige dazu, mich selbst zu verletzen beim Kochen. Ach so. Ich habe schon davon gehört. Ich benutze das meistens in klein. Das kenne ich. Ja, ne? Cool, das gibt es auch in groß. Das gibt es auch in groß. Das coole ist irgendwie, dass das auch alles zusammenpasst. Dann machen wir jetzt einfach den Deckel drauf. Crazy. Und jetzt müssen wir die in einem Tuch auspressen. Ich hoffe, der Pilzgeruch geht aus den Händen wieder raus. Ich habe sonst so ein Metallei. Sehr cool. Das ist interessant. Aber ist der Geruch jetzt schon so krass? Also ich mag tatsächlich den Geruch von hohen Pilzen nicht. Zwiebeln schneiden darfst auf jeden Fall du machen. Ja, hast du gar keinen Bock, ne? Nee, da muss ich immer weinen. Und ich glaube, das möchtest du nicht. Nee. Und dass ich hier wie so ein Panda-Bär neben dir stehe. Panda-Bären weinen, also viel? Oder was? Nein, aber weil dann die Mascara verschmiert. Ah, jetzt verstehe ich es auch. So ein Dunker-Bän. Guck. Mega. Und man kriegt keine Panda-Augen. Voll gut. Pommel-Augen? Panda-Augen. Ach, Panda-Augen. Hast du gerade verstanden? Pommel-Augen. Die Champignons in der Pfanne mit den Frühlingszwiebeln oder den Schalotten in heißer Butter. Oh, ja. Läuft ja schon mal wieder richtig gut hier. What? Was denn? Was denn? Erzähl mir mal einen Witz. Heute ist Flachwitz-Freitag. Ist heute nicht. Klar ist heute Flachwitz-Freitag. Ist heute nicht Freitag? Nee. Klar ist heute Freitag. Nein. Heute ist Mittwoch. Ach, scheiße. Du hast vollkommen recht. Oh Gott. Ich verstehe es nicht. Okay. Warum? Warum? Was ist da? Ist das... Ist das... Weil... Er schließt sich mir die Komik nicht. Ich muss mit dir unbedingt mal, wer zuerst lacht, hat verloren spielen. Ja, wer Double verliert. Geht ein Mann in eine Kneipe. Setzt sich an die Bar, bestellt ein Bier. Auf einmal kommt ein ganz kleines weißes Pferd vorbei. So groß. Richtig klein. Und flitzt ganz schnell an ihm vorbei. Und er denkt so, hä? Halbe Stunde später kommt das Pferd nochmal vorbei. Vorbei. Galoppiert. Dann sagt er zum Barkeeper hier... Ach, und jetzt kann ich sprechen? Nein, der Typ an der Bar sagt dann zum Barkeeper, was ist das hier mit dem Pferd? Was soll das? Das kleine weiße Pferd. Und dann sagt der Barkeeper, ja, ja, geh mal runter in den Keller. Zweite Tür rechts. Dann weißt du warum. Geht da runter, macht die zweite Tür rechts auf. Ist dann eine gute Fee. Und sagt, kannst dir was wünschen von mir? So, dann geht er wieder hoch und hat unter dem Arm eine Melone. Und hinter ihm läuft so ein ganz kleines Schwein. Ein richtig kleines Schwein. Ja. Hast du soweit alles mitbekommen? Ja. Was hat er unter dem Arm? Eine Melone. Und was läuft hinter ihm? Ein ganz kleines Schwein. Und dann sagt er zum Barkeeper, sag mal, kann das sein, dass sie mich da unten nicht richtig versteht? Ich wollte eigentlich eine Million, einen kleinen Schein. Und dann sagt der Barkeeper, ja, denkst du, ich wollte einen 30 Zentimeter langen Schimmel? Ah! 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 Der ist wirklich... Gut. Erzähle ich bestimmt weiter. Halt's Maul. Den Wein einrühren. Eine Minute kochen lassen. Dann drei Viertel des Rahms. Mh. Ähm. Das sieht ja richtig eklig aus. Dabei löffelweise noch etwas Rahm hinzufügen. Falls die Champignon-Mischung zu dick wird. Eier poschieren? So geht's weiter, ne? Ja. Das ist eigentlich sowas, wovor man Angst hat. Weil das oft nicht funktioniert. Also es ist was, was ich gerne im Hotel bestelle, weil ich mir das zu Hause nie machen würde. Genau. Ich mach das erste und du dann die restlichen sieben. Ja, das stimmt. Ich kipp schon mal ein bisschen Weißweinessig dazu. So. Nur einen Schluck. Nur einen Schluck. Nicht übertreiben. Nein, 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 nein. Treffen sich zwei Männer im Himmel. Mhm. Dann sagt der eine, wie bist du denn gestorben? Dann sagt er, ich bin erfroren. Ja, und wie bist du gestorben? Und dann sagt der andere, oh, das ist eine lange Geschichte. Aber die haben ja Zeit. Und dann erzählt er. Und zwar dachte er, seine Frau ist fremdgegangen und ist dann extra mal früher nach Hause gekommen, um sie zu überraschen. Und dann lag sie da auch nackt im Bett, aber der Typ war nicht da. Und dann hat er überall gesucht, äh, unterm Bett, im Schrank und überall gesucht. Und der Typ war einfach nicht aufbindbar. Und dann war der so neugierig, dass er vor Neugier gestorben ist. Und dann sagt der andere Typ, hättest du mal im Kühlschrank geguckt, wären wir beide noch am Leben. Ah! Da lacht er. Nicht schlecht. So, wir schlagen jetzt hier ein Ei rein. Und jetzt machen wir einen Strudel. Und da lassen wir das in die Mitte reingleiten. Boah! Wunderschön, oder? Du kannst schon mal das nächste vorbereiten. Und dann muss es aber gleich auch noch in kaltes Wasser abgeschreckt, äh, reingereiden, abgewärmen. Sprachen lernen, Babbel. In kaltes Wasser, damit wir den Garprozess abbrechen. Okay, strudeln. Oh Gott, oh Gott. Oh, nicht weiter strudeln, wenn das Ei drin ist. Na gut. Ist das Eigelb noch ganz? Ja. Oh Gott. Das kriegt dann die Nachbarin. Ja. Weil mit der klappt das nicht so gut, weil meine Gläser so milchig sind. Von der Spülmaschine. Weißt du? So muss ein Glas aussehen, ne? Dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Guck mal, wie das Eigelb so daneben liegt. Und wo ist jetzt die Bernays? Nur so nebenbei. Okay, also 60 Milliliter Weinessig und 60 Milliliter Weißwein. Weißwein. Okay, also. Ja. Oh Gott, ich hab Angst. Nee, nee. Ich hab doch... So. Selbst ist die Frau. Also ich muss sagen, die Eier sind uns echt wunderbar gelungen. Spricht von... Sie geizt ja nicht mit... Sie geizt ja nicht mit... Drei-Sekunden-Regel. Fünf. Nee. Das können wir nicht machen. Das ist aufschlagen, oder? Ja. Wann sagt mir das Buch denn, dass ich wieder umblättern muss zurück zur Sos Bernays? Naja, bis es halt dick und klebrig ist. Ja, ich habe das Gefühl, das wird halt nix mehr mit dick und klebrig. 2.000 Jahre später. Oh, jetzt wird's dickflüssig. Was steht im Rezept? Was steht im Rezept? Oh Gott, jetzt... Der kommt! Komm runter! Was ne Erfahrung. Also ich muss sagen, du hast die Sos echt gut gerettet. Ja, es war echt kurz vorm Scheitern eigentlich schon, ne? Ja, aber du hast es, ich bin begeistert. Jetzt sieht's gut aus. Probier mal. Gott. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich auch. Boah, schmeckt geil. Echt? Ja. Die Zwiebeln in den Pilzen. Ja. Oder? Richtig gut. Das überrascht mich aber. Tja, dass das so gut jetzt ist. Aber irgendwie war das heute ne komische Folge. Kennst du? Ja. Also ich war das erste Mal da, deswegen läuft das sonst ein bisschen anders ab. Ja, ich fand dich auch sehr wechselhaft heute. Okay. Teilweise habe ich mich auch sehr abwesend gefühlt. Aber dafür haben wir ein mega geiles Essen kreiert. Ja, das ist echt gut. Bon Appetit! Du hast so einen Knall. Ah, schnellst du raus, ne? Ja. Ja. Genau. Genau.